Mein Name ist Alin-Marie Blaschig. Ich bin 19 Jahre alt und ich mache hier eine Ausbildung zur Modedesignerin. Meine Ausbildung geht drei Jahre lang und ich habe mich dafür entschieden, weil ich eher so der kreative Typ bin. Ich möchte den Menschen zeigen, was in mir steckt. Das Schönste an meiner Ausbildung finde ich, dass ich selber sein kann, dass man wirklich hier noch die Chance hat, seine Persönlichkeit mit reinzubringen. Außer Mode gibt es noch drei weitere Berufskollegs, Produktdesign, Mediendesign und Grafikdesign. Und wenn man hier fertig ist, hat man dann die fertige Berufsausbildung und die Fachhochschulreife. Wenn ich hier fertig bin mit meiner Ausbildung zur Modedesignerin, habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich kann ans Theater als Kostümmültnerin. Ich kann in der Maßschneiderei noch ins klassische Handwerk. Ich kann weiter studieren, Bekleidungstechnik, Schnitttechnik. Ich kann in die Automobilindustrie, um Gurte und Sitze herzustellen. Unsere Klassenlehrerin, die war jetzt 40 Jahre an einem großen Modeunternehmen und hat dort 40 Jahre lang wirklich aktiv mitgearbeitet und kann uns dadurch am meisten überbringen, weil sie aus der Praxis kommt. Man merkt einfach, die Lehrer, die wissen, von was sie reden, weil sie nicht nur jahrelang studiert haben und jetzt quasi uns erklären, was sie im Studium gelernt haben, sondern sie wissen, wovon sie reden.